Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu die Elder Scrolls Online und eurem SpookyVF und ich habe heute einen kleinen Guide oder ein kleines Tutorial für euch und zwar geht es darum, wir gucken mal hier bei Tagebuch und Errungenschaft, wer sich fragt hier, bei den Errungenschaften bekommt man Farben dabei, Jutgrün, Buttercleargrün, Biozinten, Violett und so weiter und so fort, wer sich fragt, was man mit den Farben anfangen kann, das haben wir uns nämlich die ganze Zeit gefragt und meine Kollegen haben schon gesagt, wenn du das rausfindest, dann sag uns Bescheid, ja Bescheid Leute, ich habe es rausgefunden, nämlich gibt es Färbetische, aber es gibt es glaube ich nicht in der ersten Stadt, ich habe nämlich keinen gefunden in der ersten Stadt und hier haben wir aber so ein Teil, wo ist es jetzt nochmal, Färbetisch, wo bist du, den haben sie gerade aus dem Spiel entfernt, hier ist er, schwappt die Farben, wie schwappt die Farben, ach, so, das ist das Ding und da können wir unser Charakter individuell einfärben, wie das geht, zeige ich euch jetzt auch noch gleich, allerdings wollte ich gerade noch was anderes machen, ah, ich wollte euch den Weg hierhin zeigen und zwar müssen wir ausgehend von hier, da auf uns wacht, ey, das war zu na, bisschen weiter raus, eine Stufe weiter raus, ja, ne, oah, wo bin ich jetzt schon wieder, ja genau hierhin, ey, schon wieder zu weit drin, verdammt, so, kommt nur ein bisschen näher, hier darf uns wacht, da müssen wir diesen Weg hier runter vollen und da geht es dann irgendwo zu Bollfoyen, genau an dieser Stelle hier, sollte es irgendwo rüber gehen zu, ich meine mal, dass es dort war, da müsste das irgendwo sein, dann kommt er hier in das nächste Gebiet in, nochmal rauszoomen, hier, Bollfoyen und dann zoomen wir hier in Bollfoyen rein, da sind wir irgendwo hier und müssen dann genau hier in Dalmora hinlaufen und hier in Dalmora ist hier oben in diesem Baumhaus, das ist die kunstvolle Kleidung für Könige und da finden wir den Färbetisch drin, also da, wo wir jetzt stehen quasi, ich hoffe, das geht auf der Karte jetzt ein bisschen, ich wollte eigentlich den Weg ablaufen, aber das hätte zu viel Zeit gekostet, ich hoffe, ihr findet es so, es wird auch noch mehrere Färbetische geben, glaube ich, es wird, ich denke mal nur, dass in der ersten Stadt keiner ist, so, jetzt zeige ich euch das Ganze mal, so, wir haben hier unser Set anwenden, wir können aber auch hingehen und uns jetzt ein Set herstellen, gehen wir da unten drauf, ihr seht, da oben habe ich jetzt ein Set, da machen wir uns jetzt die Farbe 1 eines jeden Teils, das sind die verschiedenen Akzente eines beliebigen Teils, also jedes Teil, das wir anhaben, können wir mit drei Farben versehen und jetzt haben wir hier zum Beispiel Grün ausgewählt, auf die eins, dann holen wir hier das Magiergildenblau und schmeißen das auf die zwei und dann holen wir noch, was holen wir noch, eine andere Farbe, ein bisschen gelb vielleicht, ja, dieses Drachendornengelb, das legen wir auf die drei, so, jetzt hätten wir ein Set fertig und wir können jetzt hingehen und an den Färbetisch und gehen jetzt hier oben auf das Set anwenden und können das jetzt auf jedes Rüstungsteil anmelden, so haben wir einheitliche Färbung, äh, ja, da unten war es jetzt falsch, äh, ja, Händerung anwenden, so, nochmal das Set auswählen, hier noch drauf und hier noch drauf, so, jetzt haben wir die einheitliche Färbung auf unserer ganzen Rüstung, ihr seht, äh, es sind verschiedene Akzenttöne am Handschuh, sieht man es ganz gut, äh, es ist dann nicht nur Grün oder hier da am Helm, da sind auch verschiedene Akzent Heraushebungen, wir können, wir müssen das aber nicht so machen, wir können jetzt auch die Farbe wählen, hier, wie Krieger gilt ein Rot und gehen jetzt einfach auf den Helm und machen den hier, äh, Rot, da seht ihr da oben jetzt, ist ein roter Streifen erschienen, also wir müssen nicht, wir können das als Set machen, aber müssen es nicht, wir können auch alles einzeln bestücken und dann die unterschiedlichsten Farbkombinationen erstellen, wie jetzt hier, machen wir das hier, das ist vorne der Mund, äh, sieht ganz cool aus, so eigentlich, sogar finde ich die Farbgebung, äh, irgendwo habe ich noch eine ungewöhnliche Farbe, habe ich auch, also mit Errungenschaften, äh, spielt ihr euch diese Farben frei, so, dann wenden wir das mal noch an auf, ja, hier, äh, genau auf die 2, oh, sieht auch ganz cool aus, die Farbe, und somit könnt ihr euren Charakter wirklich komplett individuell gestalten, was ich richtig geil finde, feier das irgendwie, weil das, das ist echt nice, so, was können wir noch, wir können auch hier auf alles färben gehen, dann können, das ist auch eine Möglichkeit, ich schätze mal, wenn wir jetzt hier drauf drücken, äh, wir müssen jetzt erstmal die Änderungen annehmen, dass ich es gleich hier verwerfen kann, wenn ich jetzt hier aufwerte, alles, ja, da ist hier die 1, das ist jetzt gelb zum Beispiel, ah, okay, hier die 2 ist gelb, das geht also auch, ohne sich Sets jetzt herstellen zu müssen, äh, was haben wir noch, Farbe entfernen, das können wir auch, und Farbe kopieren können wir, okay, das ist halt alles so ein Kram, boah, aber ich denke, wir haben es verdeutlicht, und ich will ablehnen und schließen, weil diese Farbgebung hier gefällt mir besser als das, also, so sehen wir dann jetzt aus, und ich finde das cool, Alter, das sieht doch echt gut aus, und wenn wir noch weitere Farben frei haben, kann man da richtig schön was gestalten, ich hoffe, ihr findet den Färbetisch, ähm, ja, und es hat euch was gebracht, das Tutorial hier, und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei Elder Scrolls, wir sehen, hören uns, äh, spätestens beim nächsten Guide, oder bei, was weiß ich, was ich von Elder Scrolls mache, ich werde immer mal wieder Videos bringen, vielleicht auch Alchemie-Guide, also ich bin ja, hier habe ich ja, ähm, habe ich glaube ich, ne, habe ich nicht erwähnt, ne, im Video, dass ich, äh, mich der Alchemie verschreibe, und ich will dazu auch ein Guide machen, so, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls, freundlicher Keulewink, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Spooky, yeah!